Hallo ihr Lieben, heute bringe ich euch wieder eine Tageskarte mit und zwar habe ich die Karte aus dem Kartendeck die Weisheit der Seele gezogen und hier kam die Karte der Heilung. Also heute geht es um die Heilung, egal in welchem Bereich. Vielleicht warst du in der Vergangenheit in Situationen, die nicht ganz so einfach waren, wo es Prüfungen für dich gegeben hat, wo es dir auch nicht sehr gut ging. Das kann jetzt beruflich oder eben im privaten Bereich sein. Egal, was für dich stimmig ist, wird es heute zur Heilung kommen bzw. heute ist ein großes Potenzial, die Dinge in die Hand zu nehmen und in die Heilung zu bringen. Also heute ein sehr, sehr schöner und guter Tag, um Dinge zu klären und einfach gewisse Dinge auch loszulassen, die einfach nicht mehr stimmig sind und somit eben das Ganze in die Heilung bringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe. Tschüss!